So, und herzlich willkommen zurück zu IFBB Hall 1, dem zweiten Teil. Jetzt können wir auch mal loslegen, hier gleich am Startplatz liegen ein paar Steine, die wir mitnehmen können. Die werden noch hilfreich werden im weiteren Spielverlauf. Und hier in diesem ersten Raum finden wir ein Skelett mit Dietrichen. Das Skelett können wir übrigens auch mitnehmen, weil es können wir später wieder, falls wir einen Zauberspruch haben, dafür zum Leben erwecken. Und dann bekommen wir eventuell einen neuen Charakter. Und ihr merkt schon, hinter dieser Tür hat sich was bewegt. Können wir mit dem Schalter öffnen. Und das ist unser erster Gegner in Kobold. Und ihr seht schon, unsere Helden können auch daneben schlagen, aber den haben wir trotzdem fertig gemacht. So, ich werde gleich mal auch Fans Zauberbuch aufschlagen. Ich möchte mich jetzt schon, Entschuldigung, für die fehlende Orientierung, die ich habe. Aber ich bin bei sowas gar nicht gut. Und echte Rollenspiel-Cracks werden sich wahrscheinlich bei meinem LP totlachen. Bestimmt auch der Gronkh, der lacht schon heimlich. So, unseren nächsten Gegner. Da haue ich jetzt auch gleich mal ein Magic Missile rein. Und ihr seht schon, da ist einer tot. Und ich kann gleich nochmal ein Säurepfeil. Da seht ihr schon, der trifft gar nicht, weil die Gegner zu klein sind. Also ich war nie ein Freund von diesem M-Acid-Säurepfeil. Und jetzt wurde unser John getroffen. Und ihr merkt, er verliert Hitpoints. Aber den haben wir jetzt auch erledigt. Hier ist noch eine Foodration und ein Dolch. Dolch übrigens kann aus der hinteren Reihe geworfen werden. Man kann übrigens jeden Gegenstand werfen in Eye of the Beholder, den man auch ins Inventar nehmen kann. So, ich werde mal hier in diesen Gürtel von der Fane stecken. Dann kann die mehrere Messer hintereinander werfen. So, hier ist noch eine Foodration. Dann gehen wir herunter. Das Tolle an diesen Spielen hier ist übrigens, dass es hier keine Map- oder Order-Map-Funktion gibt. Also man musste früher, und das war der tolle Reiz an solchen Spielen, die Karten selber mitzeichnen, wenn man Orientierung wollte. Und das hat wirklich super Spaß gemacht. Und das habe ich auch immer mit einem Kumpel gemacht. Gleich von der Schule raus den ganzen restlichen Tag Eye of the Beholder gespielt und immer die Karten mitgezeichnet. Und so, es hat super Spaß gemacht. Und ich habe natürlich, weil ich ja alles aufhebe. Oh, wir sind jetzt ein Level aufgestiegen mit Tobi, weil wir jetzt zum Beispiel die Gegend erkundet haben und diese Gegenstände Landschaft. Es gibt auch Experience Points, genauso wie das Schlachten von Monstern. So, und es ist ein stinkendes Rohr, aber es bringt uns nichts. Egal. Ja, genau, was ich sagen wollte. Ich hebe ja immer so alte Sachen auf und ich habe tatsächlich unsere alten Karten wiedergefunden. Und die werde ich jetzt bei diesem LP ein bisschen verwenden, damit ich nicht ganz so schlecht dastehe. So, die Türe, die ist verschlossen. Die können wir auch nicht knacken. Dann gehen wir wieder hier zurück und schauen mal hier her. Das ist eine Druckplatte. Und ihr seht zum Beispiel, wenn wir Druck auf diese Platte verüben, das ist eine Druckplatte, geht die Tür auf. Wenn wir wollen, dass die Tür dauerhaft aufbleibt, können wir jetzt zum Beispiel einen Gegenstand wie einen Stein drauflegen. Dann bleibt Tür auch offen, wenn wir nicht draufstehen. So, dann schaue ich mal. Hier gibt es nichts. Dann können wir mal durch die Tür gehen. Und wenn ich ab und zu mal mich nicht bewege, dann heißt das nur, dass ich auf meine Papierkarte gucke. Also nichts dabei denken. So. Wo sind wir? Jetzt müssen wir uns orientieren, mal dieses Buch wecken, damit ich meinen Kompass habe. Gehe ich mal hier rüber. Weil Kompass, ohne Kompass wäre man hier verloren. Hier ist eine Sackgasse, aber ihr seht, hier ist ein geheimer Stein in der Wand, mit dem wir hier eine Geheimpassage öffnen können. Und da sind mehr Kubulle gewesen, aber wir haben schon viel zu viel Messer. Die werden bei Gelegenheit eh rausfliegen. Und es riecht grauenhaft. Hier sagt einer von unserer Party. Hier ist ein Dart. Also auch so ein Wurfgeschoss wie ein Messer. Ob die jetzt besser sind als das Messer, das habe ich jetzt leider gar nicht mehr im Kopf. Aber ich war eh nie so ein großer Messerverbänder, weil die auch nicht so viel Schaden machen. Von daher, auch hier ist eine geheime Passage. Schauen wir mal, was die uns bringt. Ich werde mal diese Tür hier öffnen. Und hier war man schon, hier war nämlich die stinkende Ruhe. Jetzt sind wir immer im Kreis gelaufen. Also warten wir uns mal in diese Türe. So. Ich kann jetzt mal eigentlich unsere Party resten. Dann kann ich euch das mal zeigen, was das macht. Wollen wir Party resten. Hier so viele Stunden vergehen, während unsere Gruppe schläft oder sich ausruht. Und hier unten seht ihr, dass Tobi, also unser Kleriker, Cure Light Wounds, also leichte Wunden heilen, auf die angeschlagenen Team-Mitglieder verwendet hat. Das heißt, die sind jetzt wieder geheilt. Und auch Fane hat ihre verbrauchten Sprüche wiedererlernt. Und wir haben jetzt wieder die Magic Missiles und wieder den Ems-Acid-Error. So. Aber weiter. Und wie gesagt, resten können wir nur in ruhigen Gebieten. Also nicht, wo Monster sind. Es gibt auch Passagen, wo man... Ah, ich glaube, das war bei... Kommt erst den Eye of the Beholder 2. Da gibt es nicht Passagen, da kann man gar nicht resten. Weil unser Team dann zum Beispiel Albträume bekommt. So. Hier gibt es eine weitere wichtige Sache in Alphabie Holder. Nämlich Schriftrollen. Schriftrollen mit Zaubersprüchen oder Sprüchen für den Kleriker. Die gelben hier sind für Magiere. Ihr seht da unten schon. Mage Scroll of Armor Taken. Und die braunen sind für Kleriker. Klerik Scroll of... Scroll of Bless Taken. Da gibt es jetzt einen kleinen Unterschied zwischen Magier und Kleriker Scrolls. Magier Scrolls. Also man kann... Jede Scroll könnte man eigentlich sofort verwenden einmal. Dann ist die Scroll aber weg. Magier Scrolls. Die kann man sich notieren. Und der Scribe Scrolls. Da seht ihr schon, hier steht Amor. Wenn wir das benutzen, dann ist jetzt der Amor-Spruch dauerhaft in unser Zauberbuch geschrieben. Und wir können ihn immer wieder verwenden. Die Schriftrolle ist zwar jetzt weg, aber wir haben es im Zauberbuch. Bei Klerik Scrolls geht das nicht. Also der Kleriker kann sich diese Rollen nicht merken. Der kann die nur einmal verwenden und dann ist die Scroll auch wirklich weg. Und diese Schublade hier hat auch schon eine geile Eigenart. Das haben wir nämlich gemerkt, wenn man da nämlich einen Dolch reingelegt hat. Das heißt, Special Quest for this Level. Und diese Special Quest, die gibt uns den Ginsu Dagger. Und ein Plus-4 Dagger. Und der macht natürlich schon ein bisschen mehr Schaden als so ein normales Wurfmesser. Aber egal, wir gehen mal weiter. So, neue Gegner. Leaches. Die sind aber zum Glück gar nicht so schwer. Außer unsere Party trifft immer gar nichts. Aber die schöne Magic Missile, die hilft immer. So, da kommen gleich mehr davon. Weggehaut. In dem Raum scheint es nichts mehr weiter zu geben. Also können wir weiter Richtung Norden. So, ich gucke mal kurz auf die Karte. Ich glaube, hier geht es wieder zurück, wenn wir weiter nach oben gehen. Lass mich mal gucken. Ich schaue jetzt mal erst hier rein. Oh, mehr Leaches. Gleich mal ins auf die Mütze für die. Auch die Attacken von denen sind zum Glück nicht allzu schlimm. So, sind die weg. Und da gibt es kein Schild. Und dieses Schild können wir zum Beispiel unserem John geben. Dann hat der natürlich eine bessere Verteidigung. Jetzt will ich mal gucken. Hier konnte man hier irgendwie die Werte angucken. Und da hat sich auch gleich seine Armor Class etwas verbessert. Von 6, glaube ich, auf 3. Die richtig gute Armor Class fängt dann erst in den Minusbereichen an. Das gibt es nämlich auch. Aber das Schild sieht man schon. Das bringt gleich was. So. Hier schon das Ziel. Die Leiter in Level 2 runter. Also schaue ich mich nochmal ein bisschen woanders rum. Nicht, dass wir hier was vergessen oder so. Also, ich gehe mal in diese Richtung gehe ich wahrscheinlich nicht. Lass mich mal gucken. Norden. Ich gehe mal nach Norden. Da gibt es nämlich noch ein paar Gegner zum Kloppen. Jetzt kann es John natürlich nicht mehr mit dem Schild zuschlagen. Es gibt da so einen, ja, alten Trick, dass man kurz das Schild aufnimmt und dann mit der rechten Maustaste schlägt. Das geht. Aber, ja, da bin ich immer ein bisschen zu faul dazu. Und viel zu viel Dagger. So, eine Scroll of Detect Magic. Detect Magic, den Spruch haben wir ja schon. Das heißt, wir müssen ihn nicht notieren und können uns die Scroll so aufheben. So. Ja, hier, Druckplatte. Diese Tür führt uns, glaube ich, wieder zurück zu einem Abschnitt, wo wir schon waren. Das heißt, wir können jetzt wirklich ins Ziel, aber hier sind noch ein paar Food Rations, und den Nehmer natürlich mit. Er merkt schon, unsere Charaktere brauchen im Moment noch kein Food. Später gibt es auch einen Spruch, einen Zauberspruch, mit dem man Food künstlicher stellen kann. Ich weiß gar nicht, ob es den schon in Eye of Beholder 1 gibt, ob man da schon so weit aufsteigen kann. In 2 gibt es ihn auf jeden Fall. Und jetzt habe ich mich wieder köstlich verlaufen. Ähm, ich wollte ja eigentlich ins Ziel. Moment, ich gehe nochmal Richtung Süden. Jetzt bin ich im Westen. Oh, ich gehe mal nach Norden. Also, wenn ich nach Norden zeige, da kenne ich mich immer am besten aus. So, wir müssen jetzt nämlich hier rein, und da war, glaube ich, das Ziel. Genau. So, wir nehmen den Pfeil. Die kann man hier in den Köcher stecken, und wenn unser Charakter jetzt zum Beispiel einen Bogen hätte, könnte der mit Pfeil und Bogen natürlich schießen. Aber ich glaube, das sind zwei Händerwaffe. Das heißt, unser guter Fane zum Beispiel könnte dann gar nicht mehr als Zauberbuch verwenden, was natürlich wesentlich sinnvoller ist als so ein alter Flitzbogen. So, jetzt wieder der Pressure Plate. Dann aktivieren wir den Schalter, und wir können hier runter und in den Level 2 Dungeon. Jetzt kommt der gute alte Kopierschutz. Da werde ich mal mein Handbuch raussuchen. Mein Originalhandbuch. Ich habe das nämlich wirklich noch. So, 5, 1. Warte mal hier, Line 5, 1. Hier, Information. Ich dachte schon, es steht jetzt nicht dabei. So, dann sind wir in Level 2. Und bevor ich das Video hier mal cutte, möchte ich euch noch kurz erzählen, wo ich das Spiel hier habe. Nämlich aus der Interplay-Rollenspielsammlung The Forgotten Realms Archiv. Das ist auch schon ewig alt, wird es wahrscheinlich nicht mehr zu kaufen geben. Das waren vier CDs mit wirklichen Klassikern der Rollenspielgeschichte. Ich kann euch mal vorlesen, was da unter anderem dabei ist. Pool of Radiance kennt man bestimmt noch. Curse of the Surborns, Pool of Darkness, die komplette Earth Beholder-Trilogie. Ja, Dungeon Hack war auch ganz lustig. Gateway to the Savage Frontier. Und Mensobaran Zahn, das war ein etwas neueres Spiel. Das kennt vielleicht noch einer. So, aber damit würde ich sagen, machen wir Schluss für diese zweite Episode von Earth Beholder. Und wir sehen uns beim nächsten Mal in Level 2. Bis dann. Ciao, ciao.